Wie man zum Engel wird. Wie jedes Jahr sollte auch in diesem die sechste Klasse das weihnachtliche Krippenspiel aufhören. Mitte November begann Lehrer Larsen mit den Vorbereitungen, wobei zuerst die verschiedenen Rollen mit begabten Schauspielern besetzt werden mussten. Thomas, der für sein Alter hoch aufgeschossen war und als Ältester von vier Geschwistern häufig ein ernstes Betragen an den Tag legte, sollte den Josef spielen. Tinchen, die lange Zöpfe hatte und Pfeilchen blaue Augen, wurde einstimmig zu Maria gewählt. Und so ging es weiter, bis alle Rollen verteilt waren, bis auf die des engherzigen Wirts, der Maria und Josef die beiden Obdachsuchenden von seiner Tür weisen sollte. Es war kein Junge mehr übrig. Die beiden Schülerinnen, die ohne Rolle ausgegangen waren, zogen es vor, sich für wichtige Arbeiten hinter der Bühne zu melden. Nun war guter Rat teuer. Sollte man jemanden aus einer anderen Klasse bitten? Und wen? Und waren bisher nicht her alle sechsten Klassen ohne solche Hilfe ausgekommen? Josef, alias Thomas, hatte den retteten Einfall. Sein kleiner Bruder würde durchaus in der Lage sein, diese unbedeutende Rolle zu übernehmen, für die er nicht mehr zu lernen war als ein einziger Satz, nämlich im rechten Augenblick zu sagen, dass kein Zimmer frei sei. Lehrer Larsen stimmte zu, dem kleinen Tim eine Chance zu geben. Also erschien Thomas zur nächsten Probe mit Tim an der Hand, der keinerlei Furcht zeigte. Er hatte sich die Hände gewaschen und die Haare nass gebürstet. Er wollte den Wirt gerne spielen. Mit Wirten hatte er gute Erfahrungen gemacht, wenn er mit den Eltern ausgehen durfte oder wenn die Familie in den Ferien verreiste. Er bekam eine blaue Mütze auf den Kopf und eine Latzschürze umgebunden, was ihn als Herbergsvater kennzeichnen sollte. Die Herberge selbst war, wie alle anderen Kulissen, noch nicht fertig. Tim stand also mitten auf der leeren Bühne und es fiel ihm leicht zu sagen, nein, er habe nichts, als Josef ihn, der E-Buch getreu, mit Maria an der Hand nach einem Zimmer fragte. Wenige Tage darauf legte Tim sich mit Masern ins Bett und es war reines Glück, dass er zum Aufführungstag gerade noch rechtzeitig wieder auf die Beine kam. In der Schule herrschten Hektik und Feststimmung, als er mit seinem großen Bruder eine Stunde vor Beginn der Weihnachtsfeier erschien. Auf der Bühne hinter dem zugezogenen Vorhang blieb er überwältigt vor der Attrappe seiner Herberge stehen. Sie hatte ein vorstehendes Dach, eine aufgemalte Laterne und ein Fenster, das sich aufklappen ließ. Thomas zeigte ihm, wie er auf das Klopfzeichen von Josef die Läden aufstoßen sollte. Die Vorstellung begann. Josef und Maria betraten die Bühne, wanderten, schlepperten Schrittes zur Herberge und klopften an. Die Fensterläden öffneten sich und herausschaute Tim unter seiner großen Wirtsmütze. Habt ihr ein Zimmer frei? fragte Josef mit müder Stimme. Ja, gerne, antwortete Tim freundlich. Schweigen breitete sich aus im Saal und erst recht auf der Bühne. Josef versuchte vergeblich irgendwo zwischen den Kulissen Lehrer Larsen mit einem Hilfezeichen zu entdecken. Maria blickte auf ihre Schuhe. Ich glaube, sie lügen, entrang er sich schließlich Josefs Mund. Die Antwort aus der Herberge war ein unüberhörbares Nein. Dass die Vorstellung dennoch weiterging, war Josefs Geistes Gegenwart zu verdanken. Nach einer weiteren Schrecksekunde nahm er Maria an der Hand und wanderte ungeachtet des Angebots weiter bis zum Stall. Hinter der Bühne waren inzwischen alle mit dem kleinen Tim beschäftigt. Lehrer Larsen hatte ihn zunächst vor dem Zorn der anderen Schauspieler in Schutz nehmen müssen, bevor er ihn zur Rede stellte. Tim erklärte, dass Josef eine so traurige Stimme gehabt hätte. Da hätte er nicht Nein sagen können. Und zu Hause hätten sie auch immer Platz für alle notfalls auf der Luftmatratze. Herr Larsen zeigte Mitgefühl und Verständnis. Dies sei doch aber eine Geschichte, erklärte er. Die müsse man dennoch genauso spielen, wie sie aufgeschrieben sei. Oder würde Tim zum Beispiel seiner Mutter erlauben, dasselbe Märchen einmal so und dann wieder ganz anders zu erzählen? Etwa bei Rotkäppchen mit einem lieben Wolf und einem bösen Rotkäppchen? Nein, das wollte Tim nicht. Und bei der nächsten Aufführung wollte er sich Mühe geben, ein böser Wirt zu sein. Er versprach es dem Lehrer in die Hand. Die zweite Aufführung fand im Gemeindesaal der Kirche statt und war, wenn möglich für alle Beteiligten noch aufregender, konnte man wissen, wer alles zuschauen würde. Unter ärgsten Androhungen hatte Thomas seinen kleinen Bruder eingebläut, dieses Mal auf Josefs Anfrage mit einem klaren Nein zu antworten. Als die beiden Brüder um die Ecke des Gemeindehauses bogen, bekamen Tienchen und Maria rote Flecken am Hals und flüsterte Thomas zu, eine zweite Panne würde sie nicht überleben. Der große Saal war voll bis zum letzten Sitzplatz. Dann ging der Vorhang auf, das heilige Paar erschien und wanderte, wie es aussah etwas zögerlicher, auf die Herberge zu. Josef klopfte an die Läden, aber alles blieb still. Er pochte erneut, aber sie öffneten sich nicht. Maria entrang sich ein Schluchzen. Schließlich rief Josef mit lauter Stimme, hier ist wohl kein Zimmer frei. In die schweigende Stille, in der man eine Nadel hätte fallen hören, er tönte ein leises, aber deutliches, doch. Für die dritte und letzte Aufführung des Krippenspiels in diesem Jahr wurde Tim seiner Rolle als Böserwirt enthoben. Er bekam dafür Stoffflügel und wurde zu den Engeln im Stall versetzt. Und sein Halleluja war unüberhörbar. Und es bestand kein Zweifel, dass er endlich am richtigen Platz war. Bei den Engeln.